Man soll es ja nicht glauben, aber Universitäten waren ja mal vor vielen Jahren der Hort der Rebellion und wo neue gesellschaftliche Ideen entstanden sind und die Leute auf die Lehrtische geschissen haben und so weiter. Also da ist ja alles viel braver und geordneter und man muss seine Punkte holen so schnell wie möglich, um dann möglichst rasch in das System integriert zu werden. Trotzdem gibt es noch Überbleibsel der alten Zeiten, das nennt sich Demokratie und in Form dieser Demokratie sind diese ÖH-Wahlen, die es noch immer gibt und die gibt es natürlich auch heuer wieder. Hashtag OEH15 heißt es jetzt Neumodern, sind dieses Mal vom 19. bis 21. Mai und da solltet ihr hingehen, wenn es euch am Arsch vorbeigeht, weil ihr sowieso nur Kohle machen wollt später mal. Aber man kann Dinge verändern und Bildung ist ein wichtiges Gut in unserer Gesellschaft. Darum, nütze deine Stimme. Nur wer nicht wählt, hat nichts zu sagen.